Musik 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 Und wie viele? Toll Toll, wow, ich hab 1500 abgebaut. Alter Ich hab mehr Obsidian abgebaut als Sand Und auch mehr als in dir, ja, so what the fuck. So, das ist realistisch. Natürlich ist das realistisch. So. Oh, hier steht Kreaturen. Oh, 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 oh. Ich hab' einen Fehler gemacht. Ich hab' erfahren, einen Fehler gemacht. Falscher Knopf. Hilfe. David. Hier ist alles voller Zombie-Begmans. Ich hab' viele gemacht in der Falle. Das hast du ja auch gemacht. Hilfe, David. Ohne Spaß. Ich kann dir grade nicht helfen, wie du siehst. Weißt du, jetzt spawnen hier ultraviele Zombie-Begmans. Und die sind alle an der Leiter. Wer ist gestorben? Wer ist gehaftet? Ich. Aber ich bin nicht gestorben, ich hab' mir einen falschen Knopf gedrückt. So. Hier ist alles voller Zombie-Begmans. Hilfe. Invasion! Ah! Ich werd' sterben! Ich werd' sterben! Wo sieht man verzauberte Gegenstände? Allgemeines. Aber es ist falsch. Ich hab' nur einen laut dem verzaubert. Wobei ist realistisch. Äh. Und wo steht das? Relativ weit unten. Äh. Laut dem Ding hab' ich auch nur null Schallplatten abgespielt. Realistisch. Und früher. Und früher hatten wir immer welche. Laufen. Weißt du das machen? Weil vielleicht ist das mit den Versionen anders. Äh. Warte mal auf den Schall. Gegenstände verzaubert. Null. Hä? Ich hab' so viele verzaubert. Ja. Ich hab' natürlich verzaubert. Wenn das Spiele sagt, ist das so. Der Leonard, der verzaubert uns einfach. Da glaubst du die Zombie-Pick mitzaubern sind alle noch Agro auf mich. Was? Glaubst du die Zombie-Pick mitzaubern sind alle noch Agro auf mich? Ja. Irgendwie ist die Motivation weg. Warte. Ja, ich weiß. Jetzt ist auch die letzte Folge, ich werde heute aufnehmen. ok und dann hast du stone für uns nein oh scheiße ich hab nicht getroffen du hast es eigentlich eine falsche area sorge das anzeige fehler alter bei mir ist es ein anzeige bei pistons rausgedrückt werden kommt es dort sonst was ist hier nichts wir sind die 5000 pistons habe ich sie nur einer anzeige fehler sicherheit schwert wieder zu bekämpfen die europäische hierunter die musik erinnert mich immer an fest auch wenn die gar nicht aus festkommt aber sie erinnert mich trotzdem immer daran david kommst du wieder oder hast du ja ich komm jetzt wieder die haben keine kohle mehr glaube ich juli da war noch voll viel kohle blöcke mal drin ja du siehst doch länders turm alles vorher kommst du ich glaube julian ist gerade sauer wo ist meine kohle wo ist meine kohle verständlich dass sie weg ist jeder brauche ich hab die ausgeräumt lüge ja du bist du gemalt er auch jetzt 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 das jetzt ich jetzt 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 ich jetzt 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 okay ganz runter wenn ich schon mal runterfalle doch die farm ist jetzt tatsächlich ganz gut mehr als erwartet es ist also mal das david ja jo so ok äh gucklich gehst du so und dann ach ja da geht's ja lang brauche ich noch eins weil da war ja noch ein bücher geht's dort mit? nein hab ich nicht scheiß ich auch nicht brauche ich den hier in der mitte ja hier die drei bücher zurück weil wir hier noch runter müssen mach ich das hier mal auch du 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 dann haben wir schon die farm fertig und dann müssen wir nicht schlafen schlau du noch eigentlich gar nichts mehr ist fertig ja die farm ist eigentlich fertig ja gut endlich ich bin zu glücklich hm 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 und er 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 verrotter er 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 ein er das passiert wenn du dein ding in das eine mädchen was so komisch ist steckst Fakten und kriegst du verrottenden Schwanz die die weißt du welches ich meine ich glaube ich schon welches du meinst und ich möchte dich darüber nachdenken ich bin gerade daran die Fahne richtig zu machen Julia möchte noch schlafen können ja ohne Tragenwände sehen im Lernstil das sind keine Fantasien das sind Paranoia im Lernstil ja das ist schlauer damit wir kommen hier nicht das sind so 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 sollen wir hier drumherum noch einen Schluch ziehen oh das wäre krank ja naja wenn wir fertig sind und nichts mehr zu tun haben sollten in so 1000 Folgen dann machen wir das das aber mich ärgert das das seit Jahren runter wachsen das möchte ich nicht wer war das i don't know wie kann man die weg machen ich glaube mit Wasser geht es wir abbauen einzeln alle ne ich glaube mit Wasser fokussiert das tatsächlich geht das? glaube ich schon aber es wird sowieso sehr effektiv du musst aber an jeder Seite einmal also an dem Block an der Seite einmal Wasser pläten das wird ja nicht so lange dauern ja stimmt das fließt da drin ja nicht wie bei Leitern richtig das müsste ich zumindest zerstören aber ich weiß mal mach ich zumal jetzt können wir einmal die Pamba an Gang werfen es war was ist das France werfen Ja, lass die Mauer echt zweistöckig bauen, David. Ja, meinst ja. Das ist dann richtig geil, wenn hier noch eine Etage Mauer draufkommt. Ich bin kurz ein bisschen Erde holen und ein bisschen Essen. Dann haben wir das. Dann nochmal Trepps. Fragt mich ja, wenn man in so einer Klinik ist von Magersüchtigen, wird man dann gemobbt, wenn man was isst. Holy shit, ich bin da fast schon wieder gestorben. Ja, auf jeden Fall. Ja, bestimmt. What the fuck? Alter, war das grad wieder ein Sprung, man. Oh, ich bin da fast schon wieder verreckt. Stimmt, wir werden gemobbt, aber was isst, what the fuck? Oha, da hat jemand Holz gefarmt. Ja, ich. Gut. Letzte Elf. Kannst ja auch Kohle. Soll ich da Kohle daraus machen? Kannst ein bisschen, aber macht nicht alles. Wir brauchen das Holz ja auch selbst noch. Warte 64 Kohle ist ein Kohleblock? Nein. Ne, acht. Neun Kohleblock. Wir brauchen eindeutig ne Wither Skelettenfarm. Und für Kohle wäre es auch gut, stimmt. Und für Katzen lassen sich. Ja, ja klar. Da wirst du glaub ich sogar eigentlich gedacht werden. Ja, ja klar. Aber für Kohle wäre es ja auch gut. Ja, stimmt. Was machst du grad, David? Turm hochziehen. Scheiße, ich hab Erde vergessen, ich Idiot. Was machst du grad, David? Turm hochziehen. Mal wieder ein paar Level. Schönen. Wenn man so einmal die Klappe aufmacht, kriegt man so 20p. Also 20p. Ein Level ungefähr. Das passt schon. Wessen wir ... Welche Klappe? weil er bei dem er von mir die gemacht und der nächsten Version funktioniert nicht mehr eben die die Schöne ich will die die malen das ist es kommt an die Prozent Prozent gut das Glück haben damals lebt er unten zwei Stacks erne mal durchkommen soll er so runter das ist auch was ich nicht darunter gehen wo kein Glas ist. Jungen, mich ärgert, dass du das dass das eine Gebäude nebenan von meinem Turm noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, wer das angefangen hat. Welches? Das ist das Gerichtsgebäude. Dieses mit dem braunen Holz. Das ist das Gerichtsgebäude. Das muss mal fertig gebaut werden. Ich glaube, da fehlt nur noch das Dach. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir mal eine Regel einführen, dass Häuser, wenn man ein Haus anfängt, das auch fertig bauen muss. Es sei denn, es ist ein großes Projekt, das darf auch immer zwischendurch so gebaut werden. Ich frage mich ja, wer etwas gegen diese Regel haben könnte. Wer wohl. Du, Julian. Ja. Weil ich fände sie so sinnvoll. Ich glaube, da fände ich nicht ganz so Sinn. Ich finde sie nicht so toll. Dann wäre unsere Stadt nicht so eine Baustelle. Ja, aber eine Stadt muss sich ja langsam entwickeln. Fakt wäre dann, dass da keine Gebäude mehr bauen würde. Also wäre es schöner. Das passt. Hehehehe. Wenn das los ist. So, warum kommt jetzt nichts mehr hier an? Wieder hier die Klappe öffnen? Ja. Wir müssen mit. Ich habe das Gefühl, dass da unten ist ein Anzeigefehler. Ich habe das Gefühl, dass da unten ein Anzeigefehler ist. Ich glaube, die Bock wurde da zurückgezogen, aber es ist völlig angezeigt. Weil hier gibt es ziemlich viel Anzeigefehler. Aber Junge Julian Ninja, ihr lohnt sich ja so. Ninja Pro. Ninja ist so krass. Vor allen Dingen, weil ich habe die ganze Zeit die Schritte von euch gehört. Ja klar. Wie, dich halt aber nicht. Ärger dich, ihr. Aber es gibt auch ein Perk, was dafür sorgt, dass man die lauter hört. Okay. Aber ich würde jetzt erst mal sagen, das war's von dieser Folge. Der letzte Woche. Bis zum nächsten Mal. Für diese Aufnahme. Tschüss. Was war's jetzt? Ich bin so gut. Du bist so schön, weil ich mit dir. Sehr gut. Ich bin so schön, wie du dich in diesem Hückel hast oder in diesem Hückel hast. Du bist bist du wie schon? Untertitelung des ZDF, 2020